Guten Tag, mein Name ist Jürgen Zeltwanger. Ich freue mich, dass ich dich auf der Hannover Messe begrüßen darf. Bei uns steht alles unter dem Motto Automation meets Innovation und wir präsentieren das Neueste zu unseren Schwerpunktthemen dezentrale Installationstechnik, Netzwerktechnologie, IO-Link und Industrie 4.0, sowie zu Stromversorgungskomponenten und Safety. Was zeichnet denn die Zusammenarbeit mit Moorlektronik aus? Ich muss sagen, gerade mit den Relais, die wir einsetzen, ich habe eigentlich nie Probleme damit. Also ich baue sie ein und nach zehn Jahren wechsle ich sie vielleicht mal, aber es läuft. Was macht Moorlektronik den preferrten und innovativen Partner für dich? Actually, Japanese are also very proud of the automation technology, but still the hard wiring is still the most popular in Japan. Then the Moorlektronik introducing zero cabinet concept. Then it is how the reducing control cabinet space and the more efficient wiring for the machine. That is a new concept to the Japanese market and now the many Japanese machine tools companies are using Moorlektronik. This is good for introducing German technology to Japan. Wo liegt denn für Sie der konkrete Vorteil mit der elektronischen Sicherung Mico von Moorlektronik? Sie ist recht einfach und zuverlässig und in Sachen Stromüberwachung einfach, einfach einfach. Also man sieht gleich, wenn man den Schaltschrank aufmacht, wenn irgendwas nicht funktioniert, da leuchtet es rot, dann weiß man, das Ding hat ausgelöst. Und wenn der Strom wieder okay ist mit einem Knopfdruck, haben wir die Spannung wieder zur Verfügung und das ist einfach super. So in your factory you think for predictive maintenance or for diagnostic data, how will you handle this in the future? I think it's very important in the future to have a monitoring of diagnosis data to have business models like predictive maintenance. So I think a diagnosis gateway you have is a very good start to pursue these actions in a machining environment. Wie Sie sehen, wir hatten bei der Hannover Messe viele gute Gespräche und auch eine Menge Spaß. Die Hannover Messe war für uns und unsere Besucher ein inspirierendes Erlebnis. Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, dann folgen Sie doch einfach unseren Social Media Kanälen. Bis zum nächsten Mal und stay connected. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.